Fagadala Deutschland. Wir sind ein starker Partner der Industrie rund um Bahnen, Platten, Blöcke und Formteile aus Polypropylen-Schäumen. Als Unternehmen der weltweit tätigen Fagadala World Foams Gruppe haben wir uns an unserem Standort in Thüringen im Herzen Deutschlands innerhalb von 10 Jahren zum Global Player in der hochwertigen Herstellung und Verarbeitung von EPP-Schäumen entwickelt. Von der Entwicklung bis zum Endprodukt, exakt nach den Kundenanforderungen, bieten wir alle Leistungen aus einer Hand und sind so zum leistungsstarken Zulieferer aller namhaften Unternehmen, der Automobilbranche und der Konsumgüterindustrie geworden. In jedem Bereich der EPP-Schaumherstellung und Verarbeitung setzen wir bei Fagadala Deutschland Maßstäbe. Wir sind weltweit eines der wenigen Unternehmen, die die Rohstoffherstellung und Verarbeitung aus einer Hand bieten. So können wir die Materialeigenschaften optimal auf die gewünschten Produkte abstimmen. Unser Labor dient deshalb nicht nur der Materialprüfung und Qualitätssicherung, sondern auch der Forschung zur ständigen Verbesserung der Materialeigenschaften. Innovative Materialien wie FavoCell, das zum Beispiel nicht das typische Quietschgeräusch anderer EPP-Schäume aufweist, sind das Ergebnis und werden ausschließlich bei Fagadala Deutschland hergestellt. Die Leistungsfähigkeit unserer Produktion hier in Ordruf dokumentieren ca. 5000 Tonnen verarbeitetes Rohmaterial pro Jahr. Unser gesamter Produktionsprozess ist auf maximale Effizienz bei höchsten Qualitätsstandards ausgerichtet, um die gewünschten Produkte termingerecht und preiswert liefern zu können. Angefangen von der Prototypen- und Muster-Serienfertigung über den eigenen Formenbau, das breit aufgestellte Fertigungsspektrum bis zur Logistik, sind dafür alle Bereiche optimal aufeinander abgestimmt. Als zukunftsorientiertes Unternehmen entwickeln wir die Verarbeitungstechnologien ständig weiter. Wir möchten nicht nur unsere Kunden bestens zufriedenstellen, sondern sind uns auch bei der energieintensiven Fertigung und Verarbeitung von EPP-Schäumen unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst. Dementsprechend optimieren wir unsere bestehenden Produktionsanlagen und entwickeln, bauen und vertreiben im eigenen Maschinenbaubereich moderne Fertigungsstrecken in Leichtbauweise. Diese innovativen Fertigungsstrecken ermöglichen nicht nur Energieeinsparungen bis zu 80 Prozent, sie eröffnen auch zukunftsweisende Perspektiven für neue dezentrale Produktionsmethoden. Fagadala Deutschland – Hightech EPP-Schaumstoffe der Zukunft